Im Sommer 1997 landete die Raumsonde Pathfinder der NASA auf der Marsoberfläche und begann unglaubliche Bilder zur Erde zu senden. Doch schon nach wenigen Tagen lief etwas furchtbar schief. Die Übertragungen blieben aus. Pathfinder prokrastinierte. Er war voll beschäftigt, erledigte aber seine wichtigste Arbeit nicht. Was war da los? Es stellte sich heraus, dass es einen Fehler in seiner Zeitplanung, dem Scheduler, gab. Jedes Betriebssystem hat einen sogenannten Scheduler, der dem Prozessor mitteilt, wie lange er an welcher Aufgabe arbeiten soll, bevor er umschaltet und zu was. Korrekt implementiert schalten Computer so flüssig zwischen Aufgaben hin und her, dass sie scheinbar alles gleichzeitig erledigen. Wir alle wissen jedoch, was passiert, wenn etwas schiefläuft. Das sollte uns zumindest ein wenig trösten, denn selbst Computer sind manchmal überfordert. Vielleicht gibt uns das Wissen über Zeitplanung bei Computern ja Ideen für unseren eigenen Umgang mit der Zeit. Eine der ersten Erkenntnisse ist, dass man Zeit, die man mit dem Priorisieren von Aufgaben verbringt, nicht damit verbringt, sie zu erledigen. Wie etwa, wenn man seinen Posteingang durchgeht und auswählt, welche Nachricht am wichtigsten ist. Ist das erledigt, wiederholt man den Vorgang. Das klingt vernünftig, aber es gibt dabei ein Problem. Die sogenannte quadratische Zeitkomplexität. Ist der Posteingang doppelt so voll, dauern die Durchgänge doppelt so lang und man muss doppelt so viele davon absolvieren. Das bedeutet viermal so viel Arbeit. Auf ein ähnliches Problem stießen die Programmierer des Betriebssystems Linux im Jahr 2003. Linux ordnete jede einzelne seiner Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und verbrachte manchmal mehr Zeit, damit Aufgaben zu ordnen, als sie zu erledigen. Die wenig intuitive Lösung bestand darin, die volle Rangliste durch eine begrenzte Anzahl von Prioritätsebenen zu ersetzen. Das System wusste so zwar weniger genau, was als nächstes zu tun war, machte dies aber dadurch wett, dass es mehr Zeit zum Erledigen der Aufgaben hatte. Wenn man also bei den E-Mails das Wichtigste unbedingt zuerst erledigen will, könnte das zu einem Zusammenbruch führen. Bei einem dreimal so vollen Posteingang könnte es neunmal so lange dauern, ihn abzuarbeiten. Man antwortet also besser in chronologischer Reihenfolge oder sogar nach dem Zufallsprinzip. Erstaunlicherweise kann der Verzicht auf die optimale Reihenfolge der Schlüssel zur Erfüllung von Aufgaben sein. Eine weitere Erkenntnis aus der Computerzeitplanung hat mit einem häufigen Vorkommnis im modernen Leben zu tun, Unterbrechungen. Geht ein Computer zur nächsten Aufgabe über, erfolgt ein sogenannter Kontextwechsel. Er markiert seinen Fortschritt bei der Aufgabe mit einem Lesezeichen, entfernt die alten Daten aus dem Speicher und lädt die neuen hinein. Jede dieser Aktionen hat ihren Preis. Die Erkenntnis daraus ist, dass es einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Produktivität und Reaktionsfähigkeit gibt. Wer viel schaffen will, muss Kontextwechsel minimieren. Reaktionsfähigkeit bedeutet jedoch stets zu reagieren, wenn etwas geschieht. Diese beiden Prinzipien widersprechen sich also. Wir müssen uns hierbei daher für ein Gleichgewicht entscheiden. Die offensichtliche Lösung ist, Unterbrechungen zu minimieren. Die weniger offensichtliche, sie zu gruppieren. Wenn keine Benachrichtigung oder E-Mail dringender als einmal pro Stunde beantwortet werden muss, dann sollten sie auch nicht öfter überprüft werden. In der Informatik wird diese Idee als Interrupt-Moderation bezeichnet. Statt sich sofort um Geschehnisse zu kümmern, wurde die Maus bewegt, eine Taste gedrückt, mehr von dieser Datei heruntergeladen, gruppiert das System diese Unterbrechungen danach, wie lange sie warten können. 2013 führte Interrupt-Moderation zu einer massiven Verbesserung der Akkulaufzeit von Laptops, da das System durch Aufschieben von Unterbrechungen alles auf einmal überprüfen und dann schnell wieder in einen Zustand mit geringem Stromverbrauch übergeht. Wie bei den Computern ist es auch bei uns so. Vielleicht können wir Nutzer mit einem ähnlichen Ansatz unsere eigentlichen Prioritäten wiedererkennen und ein wenig an wertvoller Ruhe zurückgewinnen. Lerne mit TED-Ed neue Fähigkeiten, indem du unseren Kanal abonnierst. Dort findest du Animationen zu allen möglichen Themen, von der Verbesserung des kritischen Denkens bis zum Lösen kniffliger Rätsel. Bleib neugierig, bleib informiert.